Musik Schneeflöckchen, weiß Röckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, Schneeflöckchen, weiß Röckchen, wie geht das weiter? Ja, weiß Röckchen, Schneeflöckchen. Und weißer weiß ich auch nicht, ich hab es verpeilt. Schneeflöckchen, weiß Röckchen, wann kommst du geschneit? Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist so weit. Was wird an Weihnachten eigentlich gefeiert? Die Geburt Jesu. Das heißt, wann ist er geboren? Am 30. Was wird an Weihnachten gefeiert? Das Fest der Liebe, der Harmonie, Zusammensein mit Familie und Besinnlichkeit. Weihnachtsmann, Baum, Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum. Wie grün sind deine Wälder? Wie grün sind deine Blätter? Ein Tannenbaum hat gar keine Blätter, oder? Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter? Die Oma hängt am Gartenzaun. Na klar, Mann. Tannenbaum, oh Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nur Winterzeit. Ach, ich glaube, nein. Sommer oder Winterzeit? Wann grünt eigentlich der Tannenbaum? Immer, immer, immer. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Wie grün sind deine Blätter? Du grünst nicht nur in Deutschland, sondern wo noch? Du grünst überall, in ganzes Land, in jedes Land. Und vor den Neuen zu Weihnachtszeiten, dann auch im Winter, wenn es schneit. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum. Und bald ist auch Silvester. Danke. Vielen Dank. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Genau. Frohe Weihnachten.